... ... ... ... ... ... ... Wobei, wenn ich mir das für Mazelan aufheben? Er war aber nur bei Mazelan dabei. Auf jeden Fall ist das gut. Kann ich nach dem Gerolle keinen Kizuna aufmachen? Okay. Äh, tschüss, ne? Ist das Masana oder der Minotaurus, der gerade da angerammt kommt? Mit dem Hintern! Okay, damit mache ich den Gegnern große Köpfe. Das war also dein komischer... Sussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussussuss Tschüss, Jinbei. War nett mit dir. Wir gehen jetzt einfach schon mal zum Finalkampf. Die paar Leute hier. Luffy. Ich meine, das ist doch in der Schauwurst immer noch, ne? Tschüss, Krokodil. Ach, der böse Onkel, die Schwierigkeiten. Soll ich dir mal eins aus Moll geben? Weil ich gerade sage, aber dann habe ich selber eins aus Moll und kaum. Na komm, ich schiebe jetzt dich einfach mal mit zum Boss rum, okay? Er möchte nicht zum Boss raum. Du kommst mit, du bist jetzt mein Haustier. Was für Verfolger? Was ist sonst gar nicht hier? Komm. Der Minotaurus ist abgeklatscht. Ich brauche sowieso noch ein paar Münzen für ihn, von ihm, war doch immer. Freiheit! Tschüss, ihr Flaschen! Oder auch nicht. Hey, Maselan. Warum ist dein Gefängnis so doof? Kannst du mir das mal erzählen? Was machst du da? Hör auf! Nein, das ist nichts okay. Nichts ist okay! Sehe ich okay aus! Wenn ich mich heile, kann ich mich dann eigentlich auch von der Vergiftung heilen? Junge! Du kriegst mich nicht klein! Ich bin wie Porygon! Was ist das eigentlich jetzt schon? Du hast dein letztes Drittel noch gar nicht erreicht, Mister. Warum bist du bitte nicht gespawnt? Wie weglaufen! Ist schon klar, dass ich Münzen brauche. Jetzt kommt und er nicht an die Wand! Das ist auch nicht zwar schaden, aber hell. Vergiss Deutsch! Stück Riesenfleisch! Verdammt! Egal, es hat mich auch geheilt. Meine Vergiftung ist weg. Das wäre knapp. Nein, nicht die Hydra auspacken. Das muss nicht sein. Ich sehe nichts. Los, mach das, was ich mit deinem Vieh zu Typen gemacht habe. Oder auch nicht! Friss Hormone! Warum bist du jetzt nicht eigentlich zur Frau geworden? Weil es nicht nur solche Hormone gibt, Chicken. Wunderschön mit einem Hie-Ha-Ha besiegt! Und Glitzerkopf! Aber wenn wir jetzt hier nochmal rein müssen, weil Buggy versagt hat. Buggy, warum tust du mir was an? Das weißt du wahrscheinlich selber nicht. Oh Gott, schlecht! 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 Gut, aber ich hab's ja schon. Und Level 2 für Kärpenborgi! Also, hör mal! Das hast du dir eigentlich überhaupt gar nicht verdient, weil du nicht alle Leute befreit hast, ne? Streng dich bitte das nächste Mal mehr an! Körper des Anführers! Äh, ne. Ne, ne, ne. Die Verteilung steigt mit zunemmer... Territorien deiner Armee? Hm. Interessant. Ah, brauche ich aktuell gerade nicht. Wirklich. Ich brauche eher, dass du Gefangene befreist. Wie nehm ich denn jetzt? Hören wir mal Lüffi. Warte, ich wollte ja mal Dings ausprobieren. Dann muss ich mal die Pre-Time-Skip nehmen. Geht Samurai! Warte, hast du nicht sogar einen Berry-Shop-Paar? Lufis Outfit. Enos Lobby, Thriller-Bag. Sabo-Odi. Impel-Down. Impel-Down-Outfit für Impel-Down. Impel-Down. Bahn-Dot. Ach, die gelbe Jacke stimmt! Ja, nämlich gelbe Jacke. Gelbe Jacke! Ich hatte ja mal in Form gelesen, dass nur mit Pre-Time-Skip ich den Overdrive 4-2 und G3 irgendwie einsetzen kann anscheinend. Und wie auch immer das geht, keine Ahnung. Spiel verregnet keine In-Game-Tutorials. Was habe ich für Dings dabei? Angriffskraft? Ja, stylisch. Geil. Auch geil. Schauen wir mal, keine Rasche erhöhen. Ja, keine Leiste. Ach, was das braucht, Mann. Ich kann meine Gesundheit auch etwas weiter erhöhen. Ah! Ich brauche noch ein Beard! Beard, warum bist du nicht da? Das weiß er, glaube ich, selber nicht. Ich brauche noch ein Beard! Apropos Mizu-Kokoro. Mach mir mal hier den Weg frei, Jinbei! Ah, mit Luffy lädt sich das viel schneller auf als mit dem Banken-Kopf meiner Leiste. Ich muss mich erst mal am Pre-Time-Skip-Lufis-Attacken wieder gewöhnen. Jinbei! Geil! 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 Ich war ja noch nicht schnell genug beim Drücken. Oder zählt das für Kizuna-Rasch? Aber das ist eigentlich nicht Overdrive, oder? Du hast doch auf jeden Fall auch deine Z-Pistole. Die Z-Pistole-Karake-Ougi! Brai-Kano! Ich bin jetzt noch nicht ohne. Nur normale Pistole. Ich hätte gerne bessere Tutorials. Oh mein Gott, ich hab noch nicht gewechselt. Bonchan! Gib mir mal Bonchan! Echt auf diese Kangglock gibt's alles! Natürlich gibt es keine Reise im Ziven. Disco Party! Geist du, Typ! Und das ist die Blocker! Ich mach sie fertig, Bonchan! Ja, zu schade, dass wir Bonchan damals zurücklassen mussten, damit wir fliegen konnten. Ich will aber kein Gift essen, erstens das und zweitens bin ich keine Ratte. Ich hab mich höchstens mal als eine Ratte verkleidet in Ghost of a Tale. Ruf mich jederzeit! Okay, komm her! Komm her! Oh, wo kommt die denn jetzt her? Und einen toten Denker gespawnt! Dann haben wir euch Krokodilo! Da! Ihr Drei! Zwei! Ja, zwei Stück. Dann... Ivankov! Ne, warte, ich muss das erstmal triggern, oder? Dass ich Krokodil brauche? Ja... Chick, du machst Sachen viel zu schnell! So... Ivankov, gib mir den Dialog. Ja, zuerst Luffy muss mir den Dialog geben. Ich mein Krokodil! Komm mal rüber! 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 Alles gut, erstmal wegen Tauros! Was haben wir hier eigentlich? Das Problem wäre... Dritte... Okay, hier ist das mit Overdrive! Lass uns nicht! Lass uns nicht! Die Rüber! Das ist da! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Und der hat gleich geräuscht wie Chopper! Wieso gehst du da unten lang? Komm mal Krokodil, wir müssen nach oben! Das ist doch eigentlich die Spezialangriffs-Sliced und nicht Overdrive. Also die A2, was ich an Overdrive freigeschaltet habe, ist anscheinend jetzt dafür gewesen, dass ich mit Pre-Time-Skip-Luffy, wenn ich in Kizuna-Rash-Gehe, mein A2 benutze. Und der A3-Overdrive, wenn ich meine zweite Spezialangriff habe. So, wir beschreiben das doch nicht anders. Oder stand da nicht Overdrive? Stand da Spezial oder was? Keine Ahnung. Oh, ernsthaft. Nicht buggy. Ich meine, die sind von hier. Geh sch Triple H aufgewachsen vielleicht auf die Abkommen. Geh. 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 Du hast die rote Nase, Wagi. Komm her, rote Nase. Ah! Ich werde dein legendärer Held. Ich habe schon hundertmal Heldenpower eingesetzt. Dabei ist das immer Zufall. An Heldenpower eingesetzt wird. Ja, Captain Bagi, du bist nur großartig, wenn du diesmal jetzt hier alle Gefangenen befreist. Ah. Hier sind irgendwo noch welche. Na gut, ich habe zumindest wegen Bagi das Archivment bekommen. Den habe ich ja noch nicht benutzt. Mr. Sree. Wolltest du mich gerade angreifen, hä? Ah, dahinten steht wieder der Minotauros. Hey, Leute! Ich müsste mal mit Timeskip Luffy ausprobieren, eventuell offscreen oder so. Wenn ich mit ihm einen zweiten Spezialangriff mache. Das dann auch, ihr drei. Erstmal Hanyabal. Da hinten. Hanyabal! Ich brauche noch weitere tausend Münzen von dir. Das mir das keinen Schalen gemacht hat. Wie mit dem Feuer tanzen hier? Ja, das ist doch nur Ace und Sabo.